volle Pulle so was hat sie jetzt mit der scheiß Schalldinges da auf sich Testobjekt Nummer 1 gesichtet hat er jetzt nicht so sonderlich was gebracht was sieht es mit der Türe aus auch nichts so langweilig wenn sie das scheiße hier so wie schießt mir die hier aus ich weiß nicht das ist aber echt nah dran sein oder was und danach dran sein da muss man ja gar nicht so nah dran sein ist ja gar nicht so schlecht da das ist meine Lieblingswaffe jetzt doch mal auf wollen wir mal testen mit dem da drin ha 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 jetzt doch mal die Medaille mit da dran sind das Ding schießt mal da hinten so ein ab ah nee der hier nee da ist so ein bisschen dran muss man schon sein aber nicht so extrem ja da rechts von wegen ha 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 da 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 boom 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 hey die ist cool ich find die cool kann man die noch pimpen? mh mh schade so mehr Reichweite wäre cool gewesen ja bist du sicher? ich glaub ja ne schade so ein bisschen Reichweite wäre cool gewesen alter das ist meine Waffe die ist geil ich hab meine ja oh hör doch mal auf was war das denn? meine Waffe wie geht meine Schrotfilme jetzt ab? ja ok der Totenkilber ist nicht so der Hit schade ja meine Stuck ist auch nicht so der Hit aber es ist ok schade 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 ja komm zu her komm zu Daddy komm noch mal mehr voll das ganze Auto kaputt ja schon also alle im Auto ist voll nett aber auch das gehen nicht kaputt nö aber ist ja egal solange die Leute hinten kaputzen ist doch optimal kannst du das Auto schon mitnehmen ja schon ist nett das ist cool gefällt mir kann der kleine nächsten Mission mal testen hier hat unendlich Munition oder? ja schon ist voll cool spart man Munition und ich wollte ja noch was das äh was zeigen lass uns mal da reingehen wo? in Laden? in Laden? ja danke ja als ob das dir so weh tut scheinbar dass du nicht einfach so platzt ich würde nur noch auf die schießen ok wolltest du mir was zeigen? der ist nicht hier drin ich wollte nur dass der äh der beste Alter das ist immer 3 raus rein ist doch nett äh bringt aber nichts ja doch jetzt ich war nicht drin so jetzt das wolltest du mir zeigen äh ich brauche ein fahrendes Auto du brauchst ein Fahren ich brauche ein Fahren das Auto irgendwo irgendwo wo ein Pferd und es ist gerade schlecht hier lass uns mal ein bisschen weiter rumfahren komm irgendwo hin wo es Autos gibt ok das habe ich nämlich so rausgefunden so du warst da der Fetzig unterwegs ne? äh ja wo ich mich mal heimlich umgezogen hab aber ich bin schon wieder aus dem Auto gefallen was soll denn das immer? Alter was drückst du immer? ich drück gar nix oder nix? bist du heimlich aus dem Autofaller komm lass ab sofort den Film meiner Hand dass ich nix drück aua ich muss eh raus oh das Auto das Auto na komm und jetzt? ich brauche ein anderes Auto das war doof ich hab's gleich kann sich nur noch um Stunden handeln kommt jetzt mal ein Auto oder wie sieht's hier aus? äh ja hier ist ein Auto ich kann jetzt nicht rangehen ich muss mal kurz was zeigen nein warte warte ok äh äh so du nicht ich ja ja kannst du auch machen kannst du surfen echt ja 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 aua komm nochmal surfen ja surfen for my life ja und? kriegst du Sinn? oder bist du zu blöd? du bist zu blöd ach ok ich hab 11 Sekunden geschafft neuer Rekord ah alter was ist da los? aua die tun mir voll weh 11 Sekunden lächerlich alter 19 20 Sekunden aber ich hab noch aufs Auto geschossen dass er übel behindert fährt oh alter es tut voll weh alter rum auch lass mal volle Pulle auf dein Gesicht schießen kurz so aus Spaß so voll ins das tut ja nicht so weh das tut ja gar nicht weh ja ich glaub dem kleinen Japsen hier tut's mehr weh haha ja egal los geht's so weißt du was lustig ist hast du schon einen kleinen netten Familienwagen hier so ne? ja und dann so weiß ich nicht wenn der Papa mal alleine fährt einfach mal einfach mal losfahren wo fahren wir denn überhaupt hin? ach ne scheiße falscher Knopf Moment ich muss ich muss bremsen ah machen wir nochmal Auftrage was wollen sie denn? eine ferne Chance oder Zombieangriff Zombies das war so voraussichtlich Zombies Zombies oh zum Bürgermeister echt? äh mit Nitro ah zum Weg ah Nitro ist schon cool ein vor allem sie immer bei mir geht es gar nicht so tierisch ab ich sehe das nur so alles verschwommen aber sie ist immer noch übel für dich bei mir sich der Autofahren voll der Autos und so nicht so schnell das ist nicht so das Prozent wir müssen aber kurz durch Leute jetzt mal ohne Witz können wir kurz ne können wir nicht ok ok ist ok das war nur ne Frage äh achso wir müssen da vorbei das ist der Trick ah ok oh Hilfe Trick Mama sorry aber wir müssen da jetzt mal ernsthaft drüber reden unsere Meinungsverschieden reiten jetzt nicht hoch Vollgas ich hoffe das geht mit dem Auto oh oh Alter knapp wenn das ist so ein Stadtviertel voll mit Zombies na die Verbotszone halt was für eine Verbotszone steht da dran Verbotszone wird betreten wo? stand da gerade bei mir unten rechts ach so wegen weil die Brücke hochgelassen haben jetzt ja ja aber hier ist nirgendswo Zombies ich meine so ein Stadtteil einfach nur ach komm verstehst du mich einfach nicht das war schon immer so und keiner war stetig ja deswegen habe ich mir Nitro jetzt mein Auto einbauen lassen in jedes bevor es klauen schmeiß ich kurz Nitro übel mach ich das kurz bau das Getriebe aus und mach ein neues rein Aua äh was hat nichts mit dem Nitro zu tun nix oh ich will ein anderes Auto ey das sagt mich so ja jetzt müssen wir sowieso ein neues kaufen erholen kaufen ab jetzt ah wie weit denn noch wie weit denn noch wie weit denn noch die Gwama kann ich fahren mit oder ohne Nitro scheiß egal sie kann es nicht ich glaube das mache ich jetzt immer die Gwama kann ich ich glaube noch gekriegt oh stopp wir sind zu weit gefahren halt stopp das tut mir jetzt aber leid rückwärts mit Nitro fahren ist nicht schlecht wo sind denn hier die Zombies ich sehe keine sind hier Zombies? bestimmt sagt der Bürgermeister wir sollen jetzt bekämpfen weil wir so cool sind aha jetzt auf einmal kommt der Bürgermeister und sagt zu uns ah ja äh warum sehe ich meine Maus? ist das normal? ich bin schon im Video äh ja vorher hatte ich auch so einen langen Ladebildschirm äh ich sehe meine Maus ich glaube das ist nicht so gut ich glaube vielleicht ist auch das Video gleich vorbei du siehst jetzt quasi den Bürgermeister mit einer Polizistin rumknutschen die schwarz ist und eine halb offene Bluse hat der fummelt übel rum äh ich glaube bei mir ist es einfach nur hängen geblieben jetzt schütten wir ihm die Hand ich mache es jetzt für Blinde, weißt du nicht sehr gut er hat ein Problem mit Zombies, sagt er Oleg ist auch dabei er sagt es ist kein Problem und wir sind ja nicht in Los Angeles warum auch immer also wir sollen die Untoten beseitigen mein Spiel hängt tausendprozentig meinst du? ja warm aus Peterjo die Schnauze vielleicht geht es ja nach dem Video wieder ja super da fehlt ein Video oh Sehns roh Sehns gut durch und wie sieht es aus, Video vorbei? das gehen wir gerade raus und wir machen das Ganze aha und? also unsere Spielzeuge, ich habe auch noch gerade Ladebildschirm ah ja einen schwarzen Bildschirm ah ja geht bestimmt jetzt tausendmal, oder? acht Tage lang geht es jetzt nonstop okay dann würde ich mal sagen bis zur nächsten Aufnahme der Koop Spieler getrennt geht nicht ja dann ist bei Sehns roh mal wieder schön hängen geblieben ist ja fast so schlimm wie Minecraft, was ist denn da los? ja nicht mal Minecraft, ne dann bis zur nächsten Aufnahme tschüss au revoir hallo und herzlich, da spare ich mir jetzt, weil Sehns roh ist einfach nur abgestürzt wir sind immer noch da, immer noch gleiche Stelle, gleiche Welle jo und Markus ist glaube ich schon am Einsatzpunkt so in der Nähe, oder? hmmm denke ich mir, da muss ich mir trotzdem Auto, Moped, oh da steht ein Moped, nämlich mir doch mal ein Moped nimm ein Moped also ich muss die Missionen noch annehmen alles auch nicht hoch haha haha Alter Alter der Zombieangriff wollten mir doch Zombieangriff aber bist ja schon da jo das war jetzt aber was haben wir wartet? wir gehen nicht in da, bis du dir versprochen, dass du schön spielst sind du ernst? wieder nach mir nicht mit dem Mayor schau, Schöne ich werde mit jemandem mit jemandem mit jemandem mit jemandem mit ich meine, wer ist dieser Mann? ich glaube er ist ZOMBIES du meinst, metaphorisch? die Celebrity Obsessed Media-Drugged Masses, ja? das ist Los Angeles ich erzähle dir später du kennst das? so was du sagst, kid? undead clean-up ain't exactly in our wheelhouse, but eh, we'll give it a whirl aren't you worried about pissing off stag? du sagst wie ich nicht ausmacht eine paramilitarische Organisation bevor oder call me when it's done oh my god, this guy is fucking awesome stop being a fanboy also so'n Job hätte ich auch gerne also hab doch alles schön gesehen, wie die Hände vom Bürgermeister durch den Stuhl durchgegangen sind der hat marische Hände kann ich auch kannst jetzt nicht? ja, ab und zu nur ach so, hin und wieder ja äh 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 ZOMBIES wo sind denn die ZOMBIES? wo sind denn die ZOMBIES? wo sind denn die ZOMBIES? sind das das für uns? ne doch nicht was? oa er war auch die komische Waffe grad, ne? ja ist doch cool weil hier ist die Pistole grad, weil hier so viel rumkommen ist viel zu viel wo sind denn die ZOMBIES? auch wir müssen weiter, müssen hier gar nicht hin ja ach nee dann äh hups 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 öh das geht nicht, oder? Wir können keine Mission machen ohne 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 zu scheitern, das geht echt nicht wir sind so gut alter wir haben kaum nicht mehr angefangen und wir sind tot alter alter langsam wirds mehr als peinlich ey jetzt aber schnell rein Die Leute müssen raus. Dann nimm doch mal hier Viola mit. Viola. Sackmale. Viola. Viola. Hörst du doch. Was ist der Plan hier? Du hast die Gasmasken und zerstört die Zombies. Und neutralisierst die Chemikalien, natürlich. Aber für die Zombies. Was ist der Plan für das? Schusskuss ist der Wunsch. So sind die Lohnmörder. Oder die Fremdpane. Ich bin nicht fütig. Ich glaube die Autofahrer sind auch immer gestörter geworden. Als davor. Oder mein Fahrstil ist gestörter geworden. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube eher letzteres. Schon lustig. Ab durch die Barrikade. Hä? Hä? Hast du gar nicht gesehen? Ja, wupp. Hörst du von meinem Kontakt in Stagg? Es sind drei Container, die das Virus in den Luft verliehen. Sie müssen in Wasser verliehen, um zu neutralisieren zu werden. Ich denke, du kannst das tun? Ich habe das perfekte Werkzeug für den Job. Aufgrund von Stagg. Alter, ihr wollen wie ich aussehe, Alter. Weißt du wie ich aussehe? Weißt du wie ich aussehe? Na, guck mal mich an. Alter. Guck mal. Ich sehe übelheglich auch. Ich glaube die Zombies gehen nur damit kaputt, weil die ja untot sind. Deswegen haben wir die Waffe. Oh oh. Nein, nicht zoppen. Oh, Alter. Danke. Bitte. Oh, Alter. Alter. Oh, wir willen hier was von mir, du dummes Sau. Zombies wollen was von dir. Die wollen dein Blut. Nee, sie sind ja keine Vampire. Ich glaube, das steht gleich wieder auf, wenn man den nicht tüßen. Bis noch normale Waffen gehen. Ja, ich denke auch. Hab das nur so gesagt, um, weiß ich nicht. Ich will ein Spiel flow ein bisschen mehr flow zu geben. Baut mir viel zu lang mit deinem Ding da, Alter. Mit meinem Ding. So ist besser. Oh, ich glaube, so ist besser. Wir müssen da rein, übrigens. Oh, hierhin. Ah, dumme Missgeburte. Oh, ab. Ich ging es mir vorhin auch. Auch noch schnelle Zombies. Keine schnellen Zombies. Zombie-Aberkalypse nur mit langsam. Das haben wir doch ausgemacht. Ja, das war hier nicht so. Jetzt kommt der wieder mit einer Feuerwehr. Du, wenn du jedes Mal da reinriffst. Ja, ich stehe da schon seit 10 Minuten mindestens. Kommst du? Hier ist alles vollgewuchert mit Zombies. Minimal nur. Ich glaube, das müssen wir drauf schießen. Jo. Was? Man darf ihn nicht zerstören. Nur mit Schallknall da. Ja.